Welcher Bayern-Spieler ist der jüngste Torschütze im Europapokal? Was meint ihr? Beckenbauer? Schweinsteiger? Alaba? Müller? Es ist Toni Kroos! 2007 im UEFA Cup wurde er mit 17 Jahren, 9 Monate und 21 Tage eingewechselt. Beim FC Bayern München im UEFA Cup-Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Bayern München hat das Auswärtsspiel insgesamt mit 3 zu 2 gewonnen. Den Ausgleich zum 2 zu 2 von Miroslav Kose hat Toni Kroos vorbereitet. Und in der 94. Minute in der Nachspielzeit hat Toni Kroos per Freistoß das 3 zu 2 Siegtor für den FC Bayern München in Belgrad erzielt. Toni Kroos hat für den FC Bayern München im UEFA Cup insgesamt 7 Spiele gespielt und ein Tor dabei erzielt. In der Champions League insgesamt hat Toni Kroos für den FC Bayern München 43 Spiele gespielt und dabei 6 Tore erzielt. Toni Kroos ist einer der erfolgreichsten Fußballspieler aller Zeiten. Er hat zum Beispiel 4 mal die Champions League insgesamt gewonnen. 3 mal mit Real Madrid und 1 mal mit dem FC Bayern. Das ist Toni Kroos. Bayern München, jüngster Torstütze im Europapokal. So liebe Freunde, jetzt schreibt uns doch wer euer Lieblingsspieler des FC Bayern München ist. Danke fürs Anschauen. Tschüss. . . Vielen Dank.